hallo liebe lasst raus freunde herzlich willkommen zum neuesten video und ja wie ihr schon im titel gesehen habt geht es ums let's playen um die let's play folgen die ich schon rausgehren habe ich habe ja schon vier folgen rausgehren mit dem abonnenten und für mich ist das let's play schon länger zu weiss nicht ob ich es hochladen soll weil mir selbst gefällt es nicht so weil ich zu wenig gesprochen habe und zwar schon geschichten erzählt habe aber der andere abonnent hat viel viel mehr erzählt als ich und ich bin mir nicht so sicher ich frage jetzt euch weil ihr seid die zuschauer wollt ihr das noch weiterhin schauen oder sollt ich wieder mehr edits von lasst raus machen mehr selber erzählen oder vielleicht irgendwelche tutorials oder so ja lass es mir in den kommentaren wissen auf jeden fall muss es was ändern weil ich brauche wieder ein bisschen mehr motivation ja könnt ihr auch gerne video themen in die kommentare schreiben ja was zum beispiel ein sehr gutes thema ist das video das ich letztens eingestellt habe kann ja so video vorschau machen im kanal das mit non stop gaming solche themen vielleicht kann man aber richtig viel diskutieren kann ja dann lasst mich wissen schreibt ja ich möchte es sehen nein ich möchte es nicht sehen oder wenn es mindestens 20 likes sind dann mache ich es weiter also könnt euch überlegen und bis dann tschau miteinander